man dann gleich anschließend aber wir fahren jetzt erst mal wie gesagt zum marabunta dort sind drei leute die früher baller waren und uns verraten haben andere farbe angezogen haben andere das sind elvis gerardo und bigness gerardo ist auch jetzt da vor allem besser zeitpunkt wir fahren da jetzt hin stellen die autos vor deren barrio ja ihr stellt euch da alle hinten hinter die autos und sobald es los geht werden dann die links tatoshop runter pushen zehn stück der rest pusht ins barrio rein und vom barrio rein pushen dann auch links am ganghaus vorbei auf die straße und ficken alles weg mal kurz rüberlaufen gucken ob da jemand ist ein schlaganfall die fahren die fahre schon hinten hin die fahre schon versteckt ja nichts ich weiß nicht ich habe mir zu angekommen so dass hier ein paar leute in der stadt sind so ja die definitiv jetzt die falsche farbe tragen so und die bei uns verraten der familie begangen haben sich als ehrenmitglieder ausgeben die sie aber nicht sind und deswegen sind wir heute hier die drei mitzunehmen so ist ein bigness elvis entweder kommen die jetzt freiwillig mit oder wie wir können sie uns holen so kannst du jetzt entscheiden ja komm mal kurz die rückte ich bin mir immer ja du kommst mit ich du kommst mit uns wieso weil ich das sage warum jetzt meinen dass die autos wenn der jetzt hier weg rennt alter dann geht es los ich sag's euch ich weiß jetzt so nicht was hier so lange zu talken gibt so jetzt ein blatt dort offen den holen wir uns jetzt alter seit der meiner solch mal bein ich werde ungeduldig familia ich kläre das alleine macht nichts alles gut damit hat ihr nicht zu tun damit habe ich was zu tun okay und ihr wisst gibt nur wieder mal wieder mal glaubt die zögern zeit hinaus weil die noch mehr leute sind aber die sind alle auf dem feld so und du willst mich haben und warum willst du mich haben erzähl mal das erzähl ich wenn du mit kommst du wigness auch willst du willst du dir willst du mir meine westen wiedergeben oder was möchtest du ist das jetzt ist das jetzt jetzt braucht der kleine eine waffe oder was gegen mich ganz genau braucht der kleine jetzt eine waffe verteilen sich ich bin auf der yacht way way casino royale die kripo am marsch wir sind nicht normal wei wei wenn der richter dich fragt sagt niemals mein namen ich bin auf der yacht way way casino royale die kripo am marsch wir sind nicht normal wei wei wenn der richter dich fragt sagt niemals mein namen ich bin auf der yacht was jetzt ihr dachtet alle ich bin weg dass ich nicht lacht macht die platte hier in zehn talen fresh relax doch instagram von wegen ich mache damit nur ein paar cent pack auf locker im monat 10k weg alles verdoppelt sich ohne fake zahlen checkt meine history digitales system update diese killermaschine macht über zehn jahren rap dreh die video selber und chill bequem am set meine periomax und alle 10 grad test von euch kann keine ficken mit lepkarte ich bin auf der yacht way way casino royale die kripo am marsch wir sind nicht normal wei wei wenn der richter dich fragt sagt niemals mein namen ich bin auf der yacht way way casino royale die kripo am marsch wir sind nicht normal wei wei du erzählst mir irgendwas von knast shit lässt mir irgendwelche nachrichten zukommen von irgendwelchen zellenwertern alter wer sagt denn dass du wirklich im knast gesessen hast ja bin ich im knast gesessen hast und soll ich dir was sagen dann kommst du hier zurück alter ja stehst hier vor mir ja und sagst mara por vida ja ja bruder und da hab ich gemerkt ich will niemals so sein wie du niemals will ich so sein wie du und soll ich dir was sagen ich bin größer als du es jemals warst 10 mal ich brauch nicht so sein wie du alter ich bin wie ich und ich hab es 10 mal weiter geschafft und 10 mal größer wie du es je Bruder hier steht ja hier steht ja hier stehen genug die du noch kennst alter Kali, Linett, Edson, Elli alle sind da alter alle ja man siehts alter man siehts ihre Mitglied du bist hier im blau vor mir alter und sagst mara por vida das hier wird nicht nur dein bloodhaut sondern du bist auch aus den Ehrenmitgliedern der Frontier Ballers rausgenommen du bist kein Real G Motherfucker du bist kein Real G na man weil ich jetzt sowas geschafft hab was du nie geschafft hast du Stück Scheiße diese Killermaschine macht über 10 Jahren Rap dreh die Videos selber und chill bequem am Set meine Periomex und alle 10 die Matemagern